Hallo, mein Name ist Nia Führer. Ich bin Redakteurin beim OZ-Verlag. Ich bin Buchautorin, Modedesignerin und ich freue mich sehr, dass ich meine ganzen Erfahrungen, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe, an alle weitergeben kann, die genauso leidenschaftlich gerne nehmen wie ich. Ich bin deine Trainerin bei Makerist und ich werde dir zeigen, wie auch du ganz professionell eine Hemdbluse nähen kannst. Wenn du diesen Kurs buchst, bekommst du diesen Schnitt als Downloadschnitt dazu. Was du noch brauchst, ist natürlich Stoff und alle anderen Zutaten, was du sonst brauchst, werde ich dir dann im Kurs zeigen. Und du brauchst natürlich eine Nähmaschine. Was du noch mitbringen solltest, ist ein bisschen Näherfahrung. Ich werde dir zeigen, wie du dann diese Bluse professionell nähst, einen tollen Hemdblusenkragen. Ich zeige dir die aufgesetzten Taschen, einen tollen Ärmelschlitz, wie man den verarbeitet. Ich zeige dir, wie du eine Knopfleiste nähst. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, freue ich mich sehr, wenn du diesen Kurs buchst und wir uns in dem Kurs sehen.